Bringt denn ein Ökostromvertrag tatsächlich etwas für den Klimaschutz? Ihr habt aber keinen Einfluss darauf, sozusagen bildlich gesprochen, welcher Strom bei euch zu Hause aus der Steckdose kommt. In dieser Studie geht man davon aus, dass es nicht steigen wird. Ob ich jetzt einen Ökostromvertrag habe oder nicht, hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass wir so einen hohen Ökostromanteil bei uns im Netz haben. Da geht noch ein bisschen was. Also das kriegen wir jetzt auch noch hin. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Steve und Julian. Ich bin Julian. Bei uns seid ihr immer richtig, wenn ihr euch sachlich und informativ über die Themen erneuerbare Energien und Elektromobilität informieren wollt. Und wenn euch gefällt, was wir machen, dann gerne lasst ein Abo da. Damit haben wir das schon mal geklärt. Worum geht es heute? Heute geht es mal wieder um das Thema, womit laden wir eigentlich? Klar, wir laden unsere Elektroautos mit Strom. Strom kann aus verschiedenen Quellen erzeugt werden. Das ist gerade in Tagen wie diesen ein Thema, das uns sehr, sehr bewegt. Die Diskussion, wie wir unseren Strom in Zukunft erzeugen, die ist so aktuell wie selten. Schon wieder wird die verstärkte weitere Verstromung von Kohle besprochen. Schaut gerne dazu auch mal in mein Video Kohle, ja bitte. Heute möchte ich euch die Ergebnisse einer Studie vorstellen, die vom Fraunhofer ISI-Institut vorgestellt wurde. Und die Ergebnisse sind ganz interessant. Die würde ich euch gerne jetzt mal vorstellen und euch natürlich dann jeweils dazu auch ein bisschen meine Meinung dazu sagen, was ich dazu denke. Also lasst uns einfach mal reingucken in diese Studie. So, ich habe die Studie jetzt schon mal hier aufgerufen und wir gucken einfach mal rein, worum es geht. Klar ist schon mal, Elektroautos, die mit Grünstrom beladen werden, haben einen deutlich besseren CO2-Fußabdruck als Fahrzeuge, die mit einem Verbrennungsmotor unterwegs sind. Wir reden hier um eine Verringerung des CO2-Fußabdruckes von 65 bis 75 Prozent. Das ist erheblich. Das heißt natürlich auch, nach wie vor muss man sich immer einfach nur vor Augen halten, auch ein Elektroauto fährt nicht CO2-frei. Okay, wie sieht es aus, woher kommt unser Strom? Ich habe es angesprochen aus verschiedenen Quellen. Nukleare, das läuft aus. Kohle noch sehr stark bei uns, das läuft auch in den nächsten Jahren aus. Und ein hoffentlich weiter steigender Anteil an erneuerbaren Energien. Im letzten Jahr waren das 46 Prozent. Bisher liegen wir in diesem Jahr bei rund 55 Prozent Anteil erneuerbarer Energien im Netz. Hauptsächlich Wind, sicherlich. Ihr habt das mitbekommen, es war schon bisher ein sehr windreiches Jahr. Vor allem auch die drei Stürme, die wir hinter uns haben, haben sicherlich ihren Beitrag dazu geleistet. Mal gucken, wie es weitergeht. Hoffentlich bleibt der Anteil hoch und wird auch noch höher werden. Gut, wie sieht es jetzt aus, wenn man sich mal Menschen anschaut, beziehungsweise Menschen befragt, die ein Elektroauto, ein Plug-in-Hybrid fahren, was die eigentlich für einen Grünstromvertrag nutzen. Und aus dem Grund hat man genau das gemacht. Nämlich im Auftrag von Volkswagen wurde also eine nicht repräsentative Umfrage vom Fraunhofer-Institut durchgeführt. Es wurden insgesamt 867 Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos befragt. 90 Prozent davon hatten ein reinen batterieelektrisches Fahrzeug und 10 Prozent ein Plug-in-Hybrid. 84 Prozent der Umfrageteilnehmer nutzen einen Ökostromvertrag. Im EU-Durchschnitt sind das 63 Prozent. Und auf Bundesebene sind es sogar nur 30 Prozent. Die Zahl hat mich ziemlich überrascht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es inzwischen schon ein bisschen mehr sind. Die Diskussion um Klimaschutz, die ist ja nicht erst seit gestern da. Aber tatsächlich erst 30 Prozent aller deutschen Haushalte nutzen einen Ökostromvertrag. Uh, das war im Jahr 2020. Das hat es vielleicht inzwischen ein bisschen angestiegen. Aber da sind wir weit vom EU-Durchschnitt entfernt. Und es zeigt immerhin, dass die, die ein Elektroauto fahren, verstärkt Ökostromverträge nutzen. Und dafür mag es sicherlich auch Gründe geben. Und einer der Gründe neben Klimaschutzideen und Klimaschutzbemühungen der Haushalte ist natürlich auch einfach die Forderung seitens der KfW gewesen, wenn man sich so eine Wallbox hat fördern lassen in diesem Förderprogramm, dann musste man einen Ökostromvertrag nachweisen beziehungsweise eine entsprechend große PV-Anlage betreiben, um die Förderung zu bekommen. Gut, also 84 Prozent der Nutzerinnen eines Elektro- bzw. Plug-in-Hybrid-Autos nach dieser Umfrage nutzen bereits einen Ökostromvertrag. Die anderen 16 Prozent haben also entweder, ja, keine Wallbox, die sie haben fördern lassen, oder haben die Wallbox schon längere Zeit oder laden an der Steckdose, sage ich jetzt mal. Und ja, denen ist es dann eigentlich auch egal, was sie da laden und wie sie da laden. Die Frage ist natürlich dabei, laden die dann einen besseren, einen anderen Strom? Da kommen wir aber hinterher nochmal drauf zu sprechen. Geht man mal ein bisschen raus von den privaten, vom privaten Bereich, dann ist auch da die Verbreitung von Ökostromverträgen bei Lademöglichkeiten recht breit verbreitet. Zum Beispiel bei Flottenmanagern steht hier, ist es so, die haben angegeben, dass Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen die Möglichkeit zum Laden anbieten, immerhin 81 Prozent auf Grünstrom setzen. Im EU-Durchschnitt sind das 60 Prozent. Und im öffentlichen Raum, die Zahl hat mich jetzt auch wieder ein bisschen überrascht, im öffentlichen Raum ist es so, dass die 2020, der Ökostromanteil bei den AC-Säulen bei 84 Prozent lag, im EU-Durchschnitt 72 Prozent, bei den öffentlichen Schnellladesäulen waren es 75 Prozent. Da jetzt, auch das ist wieder eine Zahl, die mich ein bisschen verwundert. Warum? Weil eigentlich schon seit den ersten Förderaufrufen der Betrieb von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich immer an Grünstromverträge geknüpft war und ist. Und von daher gehen hier also auch alle Zahlen mit ein, also alle Ladesäulen mit ein, die eben außerhalb dieser Förderung entstanden sind und nicht zwangsläufig an einen Ökostromvertrag gebunden sind. Was könnte das sein? Ja, vielleicht haben einfach vor ein paar Jahren die Stadtwerke, Ladesäulen eröffnet, das Ganze ohne Förderung gemacht und haben dann einfach ihren regionalen Strommix dafür genommen. Das Ganze hier nochmal in der grafischen Übersicht. Da könnt ihr das also nochmal sehen. Immer grün ist dort deutsche Balken und EU, also blau ist der EU-Balken. Und da könnt ihr sehen, das ist schon mal sehr positiv, dass wir hier, die grünen Balken sind immer größer als die EU-Balken. Das zeigt für das Umweltgewissen und das Umweltengagement der Deutschen in dem Bereich sehr, sehr hohe Zahlen. Da geht noch ein bisschen was. Also das kriegen wir jetzt auch noch hin. Und deswegen einfach mal die Aufforderung an alle, die ein Elektroauto haben, ein Plug-in haben und noch keinen Ökostromvertrag haben, denkt doch mal drüber nach, einen Ökostromvertrag abzuschließen. Aber Ökostromvertrag ist nicht Ökostromvertrag. Auch das ist nicht neu. Und das ist hier auch nochmal beleuchtet worden. Nämlich worauf sollte man denn achten, wenn man einen Ökostromvertrag abschließt und tatsächlich noch keinen hat? Hier sind in dieser Übersicht ein paar Punkte aufgezählt. Wichtig dabei ist mit Sicherheit, dass eben klar ist, dass der Lieferant garantiert, dass 100 Prozent des gelieferten Stroms aus erneuerbaren Quellen kommt. Teilweise zählt hier Deponie, Gruben und Klärgas mit rein. Dann sollte der eingesetzte Ökostrom natürlich nicht doppelt vermarktet werden. Das heißt nicht einerseits euch verkauft werden und andererseits nochmal über eine EEG oder KWKG-Förderung erhalten haben. Da müsst ihr mal genau bei eurem Ökostromlieferanten mal nachfragen, ob die das auch tatsächlich garantieren. Dann ist natürlich auch wichtig, dass der Strom aus erneuerbaren Energienanlagen stammt, die nicht schon uralt sind. Also praktisch zum Beispiel ein Wasserkraftwerk, das schon seit 20 Jahren existiert, sowieso immer die gleiche Menge Strom erzeugt. Und jetzt wird einfach gesagt, na gut, dann verkaufen wir den Strom eben nochmal irgendwie extra teuer. Ja, und obwohl letztlich sich ein Mix dadurch irgendwie nichts ändert. Also es geht hier um die Förderung von Neuanlagen und einen möglichst geringen Anteil an Altanlagen. Ja, und dann ist natürlich auch noch möglich, dass vielleicht euer Stromversorger auch noch andere Klimaschutzprojekte mit unterstützt oder in Effizienzmaßnahmen investiert, was wiederum teilweise viele Stadtwerke machen. Also erkundigt euch und auch wenn ihr schon einen Ökostromvertrag habt, nehmt den doch einfach nochmal genau unter die Lupe und schaut mal nach, ob euer Ökostromvertrag auch diese Bedingungen entsprechend erfüllt, damit hier ein möglichst großer Umweltnutzen erzielt wird. Jetzt ist natürlich allerdings, und jetzt haue ich einfach mal dazwischen, die Frage berechtigt und die Frage muss gestellt werden, bringt denn ein Ökostromvertrag tatsächlich etwas für den Klimaschutz? Wir haben ja schon so ein paar Punkte eben gehört, die wichtig sind. Aber, wie gesagt, wir haben in Deutschland einen Ökostromanteil am Strommix von roundabout 50 Prozent. Wir haben eben gesehen, 30 Prozent der Haushalte haben einen Ökostromvertrag und da fehlen also noch der ganze öffentliche Bereich, die Industrie und so weiter. Das heißt, der Anteil an erneuerbaren Energien, den wir im Netz haben, der beruht nicht auf der Anzahl der Ökostromverträge, sondern der beruht einfach auf der EEG-Förderung. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Das heißt also, auf der Förderung von erneuerbaren Energien beruht dieser doch recht hohe und auch weiter steigende Anteil von erneuerbaren Energien, die wir im Netz haben. Man kann also oder man muss also sagen, ob ich jetzt einen Ökostromvertrag habe oder nicht, hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass wir so einen hohen Ökostromanteil bei uns im Netz haben. Denn klar ist ja auch, der Strom von den Anlagen, die euer Stromvertragspartner euch da liefert, der kommt ja nicht auf einer separaten Stromautobahn zu euch nach Hause, sondern der fließt natürlich ins Netz. Der wird ja auch nicht bei euch um die Ecke produziert. Wenn also euer Ökostromlieferant zum Beispiel Strom aus Wasserkraftwerken zum Beispiel in Norwegen oder in Österreich einkauft, dann ist es klar, dass der Strom nicht zu euch kommt, sondern der wird lokal verbraucht, soweit es eben sozusagen reicht. Wenn man sich das so vorstellt, dass von einem Kraftwerk herum bildlich gesehen sich so ein Kreis irgendwie bildet von Verbraucher in der Nähe der Einspeisestelle, dann wird die Energie dort erstmal quasi aufgebraucht, bis es in Anführungszeichen nicht mehr reicht. Ich vereinfache das jetzt sehr stark und dann kommt der Strom quasi von den nächsten Kraftwerken. Das heißt also, wenn die Kraftwerke, die euer Stromlieferant unter Vertrag hat, weit entfernt sind, dann kommt aus denen der Strom bei euch nicht an, sondern möglicherweise der Strom aus dem nächstgelegenen Kohlekraftwerk zum Beispiel. Auf den Strommix, den ihr zu Hause habt, hat also euer Ökostromvertrag in der Regel überhaupt gar keinen Einfluss. Es gibt natürlich Anbieter bei uns, die ihre Anlagen sehr verstreut in Deutschland haben oder die euch auch einen Bonus geben, wenn ihr Strom verbraucht, wenn lokale Anlagen sehr viel Energie liefern, dass ihr da einen Bonus bekommt. Aber euer Ökostromliefervertrag, das muss man so sagen, hat keinen Einfluss auf euren Strommix direkt. Er hat aber einen Einfluss darauf, wohin fließt euer Geld. Wenn ihr für euren Strom müsst ihr ja Geld bezahlen, wir alle müssen das tun. Wohin fließt dieses Geld, in welche Hände fließt dieses Geld? Darauf habt ihr einen Einfluss. Ihr habt aber keinen Einfluss darauf, sozusagen bildlich gesprochen, welcher Strom aus welchem Kraftwerk bei euch zu Hause aus der Steckdose kommt. Das ist klar. Wenn ihr also keinen Ökostromvertrag habt, dann seid ihr damit jetzt nicht unbedingt irgendwie abzustrafen oder dann muss man über euch schimpfen, sondern dann ist es einfach eine Sache zu sagen, okay, ich denke nochmal darüber nach, in welche Richtung möchte ich meine Gelder lenken. Dann einen Ökostromvertrag abzuschließen, ist sicherlich eine sehr, sehr gute Entscheidung, wenn man den richtigen Partner dazu entsprechend gefunden hat. Wir gucken ein bisschen zurück auf die Studie, denn hier wird es nämlich jetzt weiter sehr interessant. Es geht nämlich um den Anteil an Fahrerinnen und Fahrern von Elektrofahrzeugen, die eine PV-Anlage besitzen. Und hier ist es wirklich interessant, dass fast die Hälfte der Befragten angibt, eine Photovoltaikanlage zu besitzen und damit auch Strom für das Elektroauto zu erzeugen. Viele nutzen ja das E-Auto als so eine Art Speicher für ihren erzeugten Strom. Gerade im Sommer funktioniert das ziemlich gut. Und von daher, das ist also eine tolle Sache. Und wenn ihr also schon ein Elektroauto besitzt, dann überlegt doch mal, ob auch bei euch eine PV-Anlage möglich ist. Auch Kleinvieh macht Mist, auch wenn es nur ein oder zwei Module sind. Jedes Modul zählt. Und wenn ihr schon eine PV-Anlage habt, dieses Video seht und über den Kauf eines Elektroautos nachdenkt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel noch einen Verbrenner fahrt, dann sei euch gesagt, dass immerhin 71 Prozent der Befragten mit dem Elektroauto ihren Verbrenner ersetzt haben. Hier wäre natürlich auch super gut, das habe ich aber persönlich damals ehrlich gesagt auch nicht gemacht, wenn man den Verbrenner verschrotten würde, also ihn sprich wirklich aus dem Verkehr zieht. Das wird sicherlich in den wenigsten Fällen passiert sein, sondern das Auto wurde weitergereicht. Irgendwo am Ende ist vielleicht ein alter Spritschlucker aus der Kette gefallen. Aber das ist ein Prozess, der wird einige Jahre natürlich noch so weitergehen, bis die Verbrenner Stück für Stück raus sind. Und wir wissen natürlich auch, und das ist natürlich auch keine Sache, auf die man stolz sein kann, dass die Autos möglicherweise dann irgendwo hin verschifft werden. Keine Ahnung, Afrika oder sonst wohin, wo sie noch jahrelang unter schlechteren Bedingungen fahren als hier. Also hier wird es noch wirklich sehr, sehr lange dauern, bis sich diese Effekte durchsetzen. Aber irgendwo muss die Kette ja mal beginnen. Gut, ja, wo wird denn eigentlich besonders viel geladen? 60 Prozent der Befragten laden zu Hause. Da gibt es hier auch nochmal eine Grafik dazu. Da könnt ihr das sehen. Knapp 60 Prozent laden zu Hause, 14 am Arbeitsplatz, 14 Prozent öffentlich und ansonsten nochmal rund 12 Prozent an öffentlichen DC-Ladesäulen. Und wie gesagt, an euren Ladesäulen, wenn da so ein Aufkleber dran ist, wie gefördert, Förderprogramme vom Bund so und so, dann könnt ihr sicher sein, dass zumindest für diese Ladestation auch ein Ökostromvertrag hinterlegt wurde, sodass bilanziell gesehen die Energie, die ihr dort zieht, aus Grünstromanlagen kommt. So, und jetzt ist allerdings ein Problem, was jetzt auftritt, nämlich die Frage, und die ist in dieser Studie auch angesprochen worden, wie geht das denn eigentlich weiter? Kann man jetzt davon ausgehen, dass mit der immer größer werdenden Zahl an Elektroautos auch sozusagen immer mehr Grünströmverträge realisiert werden? Und dieser Anteil, wir haben es vorhin gesagt, 84 Prozent, das noch weiter steigt oder nicht? In dieser Studie geht man davon aus, dass es nicht steigen wird, denn es werden auch immer mehr Mieterinnen, Mieter, Wohnungseigentümer, Elektroautos sich anschaffen oder entsprechende Dienstwagen bekommen, die auch immer mehr elektrisch nutzen, wenn es Plug-in-Hybride sind. Und die sind natürlich dann sehr stark auf eine Ladeinfrastruktur angewiesen, die sie wahrscheinlich selber nicht zu verantworten haben, also auch den Stromvertrag, der dahinter steckt, nicht zu verantworten haben. Und aus dem Grund besteht die Gefahr und sieht diese Studie durchaus die Gefahr, dass der Anteil also an Ökostromverträgen pro Elektroauto dann abnehmen wird, weil die vielleicht auf Ladestruktur zurückgreifen, die eben nicht mit einem Ökostromvertrag hintersehen ist, zum Beispiel Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage. Da weiß man nicht, ob der Betreiber einen Ökostromvertrag hinterlegt hat oder nicht. Wenn es geförderte Wallboxen, Ladeeinrichtungen sind, dann höchstwahrscheinlich ja. Und wenn ihr in so einer Situation seid, dass ihr vielleicht schon zum Beispiel in einer Tiefgarage ladet, wo euer Vermieter sowas anbietet, fragt doch mal oder schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr wisst, was da für ein Stromvertrag hinterlegt ist. Und falls noch ein, ja sagen wir mal, normal Stromvertrag hinterlegt ist, dann fragt doch einfach mal nach, ob es nicht die Möglichkeit gibt, es auf einen Grünstromvertrag zu wechseln. Die sind ja auch gar nicht mehr teurer. Wobei, das Wort teuer will man in diesen Zeiten ja gar nicht in die Hand, in den Mund nehmen, weil die Preise kennen ja sowieso im Moment irgendwie nur eine Richtung, nämlich nach oben. Okay, das soll es für diesen Ritt durch diese Studie auch schon gewesen sein. Also was können wir als Fazit rausziehen? A, das ist toll, dass ganz viele von euch einen Ökostromvertrag nutzen. Das ist noch besser, wenn es immer noch mehr tun. Einen Ökostromvertrag nicht zu haben, heißt aber auch nicht, dass man jetzt zwangsläufig dafür, dass dann automatisch mehr Kohlestrom im Netz ist. Das muss, dass diesen Zusammenhang, den kann man nicht ziehen. Das ist eine Korrelation, aber keine Kausalität. Einfach, weil Strommix eine sehr komplexe Geschichte ist. Das habe ich vorhin erläutert. Und wenn ihr zum Beispiel Mieter oder Wohnungseigentümer seid und ihr habt die Möglichkeit, an einer Ladestation zu laden, die euch vom Vermieter oder die sich die WEG geschaffen hat, oder wenn ihr bei eurem Arbeitgeber ladet, dann fragt doch mal nach, ob ein Ökostromvertrag hinterlegt ist. Diesen Beitrag, der ist ja nicht falsch, den kann man ja auf jeden Fall leisten. Das ist ja gar keine Frage. Und wenn ihr öffentlich ladet, dann achtet doch mal darauf, ob auf der Ladestation, die ihr nutzt, vielleicht dieser Aufkleber drauf ist nach dem Förderprogramm der Bundesrepublik. Dann könnt ihr sicher sein, hier ist auf jeden Fall ein Ökostromvertrag hinterlegt. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Dafür bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch das Video anzugucken. Ich bin gespannt auf eure Kommentare dazu, wie immer. Schreibt es hier unten einfach rein. Und dann lasst uns darüber ein wenig weiter diskutieren. In dem Sinne bin ich raus, sage Tschüss und sage einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020